Hallo liebe Angler, der Didi hier. Heute angeln wir auf Hecht. Es ist Herbstzeit, Winterzeit. Es geht auf Hecht und ich habe euch ein paar richtig coole Twits mitgebracht, wie ihr im Stillwasser richtig große ESOX erwischen könnt. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt und den werde ich jetzt erst einmal euch präsentieren. Mega Teich! Toller Hecht! Geiles Teich! Das hat richtig Spaß gemacht! Und bei so einem tollen Hecht, da bin ich natürlich neugierig, wie groß er ist. Na, 97, fast ein Meter. Ein richtig, ein richtig toller, ein richtig toller Hecht. Wer im Winter auf Hecht unterwegs ist, der darf ruhig auch vom Ufer aus Köder eine Nummer größer wählen. Und in diesem Falle ein 14 cm Vicky the Roach. Ich habe den ein kleines bisschen abgewandelt mit einem etwas längeren Bauchdrilling samt Stinger drauf. Und ihr seht, der hat eigentlich nur am Schwanzende kurz gebissen und da hat dann auch der Haken gesessen. Welche Tipps es gibt, wie man mit den richtigen Gummifischen vom Ufer aus umgeht, welche Gewichte man verwenden muss, welche vor allen Dingen Jig-Technik man anwendet, um erfolgreich zu sein, das zeige ich euch heute. Hechte lieben Plötze und Rotaugen. Und überall dort, wo sie besonders häufig vorkommen, fische ich auch mit derartigen Imitationen. Und was liegt da näher, als mit Ricky the Roach zu fischen oder Rotaugen-Imitationen. Und da guckt man genau hin, sieht das nicht zum Verwechseln ähnlich. Hier ein totes Rotauge und da seht ihr in der neuen Farbe so ein Ricky the Roach. Und wie man diesen Köder prima riggt, aufzieht und befestigt, das seht ihr jetzt. Variante 1, ihr macht es euch sehr einfach im Angelladen und kauft schon einen sogenannten Rigged and Ready. Also ein Gummifisch, in dem von vornherein ein Bleigewicht oder ein Gewicht eingearbeitet ist. Ein Jigkopf ist dort drin, samt Haken und unten hängt dann ein kleiner Drilling. Also so wie hier ist der schon von vornherein einsatzbereit. Ihr packt da einfach noch euer Stahlfuhrfach dran und dann könnt ihr loslegen, reinschmeißen, einkurbeln. Hier befindet sich normalerweise noch ein Drilling drunter und den habe ich abgemacht und einen Stinger, einen kurzen Stinger eingesetzt, damit ich bei den Schwanzbeißern ganz vorne bin. Das heißt, wenn ein Räuber nur den Teller des Gummifisches attackiert, was ihr ja auch hier sieht, was in diesem Fall auch passiert ist, habe ich ihn deutlich eher im Griff als in diesem Fall mit dem Drilling hier unten. Also daran denken, an vielen Tagen, wenn die Räuber etwas zickig ist, macht es schon Sinn, mit so einem kleinen Zusatzdinger hier im hinteren Bereich dort die ganze Sache abzudecken. Aber immer daran denken, er darf nicht zu straff gezogen werden, wenn ihr den Haken einpiekst, sondern ein bisschen flexibel. Denn dadurch bleibt der Gummifisch auch flexibel und beregt sich schön zur Seite hinweg. So, dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Wer von euch nicht auf die fertig gerickten Gummifische zurückgreifen möchte, sondern flexibel sein will, dem empfehle ich, dass er das mit einer Screw macht. Ihr könnt eine lang gezogene Stabscrew nehmen, aber eine Screw in diesem Fall, wenn sie abgewinkelt ist, ist besser für bauchige Köder. Ein ganz normaler langer Gummifisch, da reicht die Screw vorne, dann könnt ihr das schön am Bauch herunterziehen. In einem meiner Tutorials über das Hechtangeln habe ich das ja schon mal beschrieben, aber wenn ihr mit solchen bauchigen Ködern arbeitet, nehme ich gerne so eine abgewinkelte Screw. Und dann mache ich folgendes, ich schneide auch vorne die Nase von dem Gummifisch ab und kerbe auch noch mal ganz kurz vorne ein kleines Stückchen ein, damit quasi die ganze Screw, so wie sie ist, mit dem Winkel im Köder verschwindet und nur vorne die Öse, wie so eine Nase, herausschaut. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich drehe die Screw hier vorne oben ins Maul hinein, richtig schön durchdrehen, bis sie schon fast verschwindet. Und dann seht ihr, dass quasi hier dieses abgebogene Stückchen Draht, das wie so ein Kiel wirkt, genau schön mittig ist. Und dann befindet sich dann ein Stückchen Stahlvorfach dran mit einem Einhänger und unten dann der Drilling. Für das nötige Gewicht nehme ich meistens ein großes Schrotblei, was ich hier auf das Stahlvorfach draufklemme, also auf diesen Stinger draufklemme. Und dann auch wiederum, ganz wichtig, nicht unter Spannung reinpiksen, sondern ein bisschen locker lassen die ganze Angelegenheit. Dann in den Bauch reindrücken, richtig kräftig. Und dann hängt die Sache so. Und da könnt ihr extrem flach fischen. Und da alles an Gewicht sich hier unten am Bauch befindet, wird der Köder gerade laufen, immer wieder schön hin und her kippeln. Aber er wird sich nicht überdrehen. Was häufig der Fall ist, wenn ihr sehr, sehr leicht fischen möchtet und mit einem normalen Jig-Haken angelt, vielleicht nur 5 Gramm oder auch nur 10 Gramm vorne, der Haken kommt oben raus und unten habt ihr kein Gewicht, dann passiert es sehr häufig, dass der Fisch sogar upside down ist und dann irgendwie so komisch eiert oder ganz, ganz stark anfängt zu drehen. Und deswegen, um das zu vermeiden, einfach hier die Skoo vorne drin, ein bisschen darauf achten, dass das schön mittig läuft, Bleigewicht hier unten oder auch zwei, je nachdem wie viel ihr haben möchtet. Ihr könnt natürlich auch ein Gewicht reinschrauben oder, was ich auch schon mal vorgeschlagen habe, eine kleine Schraube einfach reindrehen und dann unten der Haken, perfekt die Variante, um eben flexibel zu sein. Kommen wir nun zur dritten Variante. Das ist die Variante, wo man doch mit einem Schraubkopf arbeitet. Also die Leute, die sagen, Mensch, ich will da unten keine Gewichte dran pieksen, ich weiß auch nicht, wie man sie reindreht, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich bin doch jemand, der nicht nur schmeißt und einleiert, sondern gerne auch mal den Bodenkontakt sucht, also quasi Sprünge macht, kein Problem. Dann würde ich euch empfehlen, ihr geht einfach her, nehmt einen ganz normalen Jig-Haken, wo kein Jig dran ist, sondern eben eine Schraube, also einen Schraubjig und den schraubt ihr dann schön mittig in den Gummifisch. Und was ihr jetzt hier wieder seht, ist, ich drehe nicht den Jig rein, sondern ich halte den Jig mit der Schraube gerade und ich drehe den Gummiköder. Dadurch bin ich flexibel, kann auch noch, wenn nötig, beistellen. Also das heißt, ich kann hier noch flexibel ein bisschen nach links oder nach rechts den Köder bewegen, damit er auch wirklich schön mittig drauf ist. So, und der ist auch wirklich schön mittig drauf, immer darauf achten, ihr habt zwei Ösen, eine Öse ist oben, da kommt Stahlvorfach dran, die zweite Öse ist unten für den Stinger. So sieht die ganze Angelegenheit aus, schön gerade, schön mittig, so sollte das sein. Was ihr jetzt noch benötigt, ist natürlich ein Stinger. Und der Stinger, ich nehme hier so fertig gemachte Stinger, die haben am anderen Ende noch einen Sprengring und den Sprengring, den wurstel ich jetzt hier unten rein. Das kann man mit einer Sprengringzange machen oder auch mit einem sehr, sehr guten Fingernagel, zack, hier aufgebogen, dann den Sprengring durchgezogen. Auch ganz wichtig ist, hier befindet sich auch unten noch ein Wirbel, gerade wenn die Hechte sich im Drill nochmal drehen oder mit dem Kopf schlagen, kann es sein, dass oft die Köder ausgehebelt werden und damit passiert das nicht. So, und dann geht ihr einfach hin, dieser fertige Stinger hat hier hinten noch so einen kleinen Pin dran und auch wiederum nicht unter Spannung rein, sondern schön locker lassen und dann hier einfach in den Bauch schön mittig hinein und dann habt ihr unten den Drilling hängen. Wer will, kann natürlich auch den Drilling noch zusätzlich einpieksen, aber ich bin jemand, der mag doch schon ganz gerne alle drei Zacken vom Drilling, denn wenn die Fische nicht richtig drauf sind, sondern nur mit dem Maulkurt dagegen schlagen, dann reicht schon der eine kleine kurze Zinken, um den Hecht zu fangen. Also so könnt ihr zum Beispiel auch wunderbar und prima arbeiten. Der allerletzte Tipp ist noch, für all die Leute, die wirklich auf die traditionelle Art und Weise mit dem Jig arbeiten wollen und das zeige ich euch jetzt. Und für alle die, die wirklich nur traditionell mit einem Jig angeln wollen, das geht natürlich auch und zwar müsst ihr einen relativ großen Haken wählen, in diesem Falle 6-0 oder 8-0. Auch hier wiederum ganz entscheidend mittig einpieksen. Achtet darauf, viele Gummifische haben nämlich hier oben so eine Naht. Diese Naht ist entstanden durch das Gießen, weil du hast eine linke und eine rechte Seite von der Form und wenn die Form zusammen geht, hast du oben eine Naht. Und diese Naht ist für mich quasi der entsprechende Leitfaden, um den Haken richtig aufzuziehen und damit auch immer genau an der richtigen Stelle der Haken rauskommt, lege ich auch den Haken immer noch einmal kurz auf den Gummifisch. Das habe ich schon ewig so gemacht, funktioniert mit jedem Gummifisch. Dann mit dem Daumen kurz die Stelle fixieren, oben einen kleinen Riss reinmachen, dann wisst ihr, da muss der Haken mit der Spitze wieder raus. Dann oben einpieksen, schön mittig, auch wieder ganz wichtig, die Hakenhand bleibt so wie sie ist und mit der Hand des Gummifisches wird der Köder aufgezogen. So immer schön nachziehen und irgendwann kommt dann die Spitze des Hakens oder des Jigs genau an dieser markierten Stelle oben raus. Da ist es und dann alles richtig schön drauf schieben. Sieht so aus, als hätte ich das schon ein paar Mal gemacht. Guckt mal genau hin, damit ist alles in einer Flucht mit dieser entsprechenden Gratlinie hier oben. Und der Haken guckt genau auch mit recht großem Bogen oben raus. Perfekt, um auf diese Art und Weise zu jiggen. Dieser Kopf kann ausreichend sein, wenn ihr sehr langsam jickt, aber wenn ihr etwas zügiger einkurbelt, wird sich dieser Köder ein bisschen zur Seite hinweg kippeln, vielleicht sogar anfangen zu drehen. Was ich ja gerade gesagt habe, weil hier unten das Gewicht ein bisschen fehlt. Also wer das entsprechend vorbeugen möchte, der dreht hier unten eine ganz normale Schraube rein in den Bauch. Damit hat der Köder ein bisschen Gewicht nach unten hin. Oder wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, weil die Fische ein bisschen zickig sind, Stinger nicht vergessen. Und dann nehmen wir wiederum so einen fertigen Stinger hier. Immer darauf achten, dass ihr welche nimmt mit ordentlich Tragkraft im Stahl. Auch wiederum ganz einfach Fingernagel oben eingedrückt. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Sprengringzange nehmen, kein Problem. Dann unten ist eine kleine Öse am Jig-Haken, gut zu erkennen. Wird die ganze Sache hier unten eingedrückt. Und dann wird wiederum der Sprengring durchgezogen. So, der ist fest. Und dann wiederum nicht mit Spannung, aber das habe ich ja gerade schon mal gewähnt, unten eingepiekst. Und damit habt ihr den Fisch auch abgesichert. Und jetzt habt ihr hier unten natürlich jede Menge Möglichkeit, um noch zusätzliches Bauchgewicht anzubringen. Und das mache ich mit entsprechenden Schrotbleinen. Und da gucke ich wieder in meine allwissende Wickeltasche. Davon habe ich ja so viele. Eine für Jig-Haken, eine für Stinger, für Chiburaschka-Gewichte und, und, und. Und in diesem Falle für das Vorfachmaterial. Ja, und hier gehe ich dann rein und dann suche ich mir ein paar Gewichte aus. Hier haben wir zum Beispiel so welche. So, wir brauchen ein Schrotblei. Da ist der Jig. Jetzt gehe ich einfach hin. Schrotblei hier unten rein. Gut festdrücken. Das könnt ihr sogar auch noch verschieben. Vielleicht ein kleines bisschen mehr zur Bauchmitte. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen blöd aus, wenn ihr die ganze Angelegenheit euch jetzt mal so anschaut. Aber es funktioniert. Wenn ihr ein bisschen Zug drauf habt, liegt das etwa so an. Der Gummifisch wackelt richtig schön, wird sich nicht mehr überschlagen. Und sieht vor allen Dingen super lecker aus. Und die Hechte können ihm echt nicht widerstehen. An manchen Tagen reicht das nicht aus, einfach so einen lebensechten Gummifisch durchs Wasser zu ziehen, dass die Hechte Hunger haben und den Köder packen. Es kann nämlich passieren, dass die Fische noch etwas mehr Druck brauchen. Also dieses Schwänzeln, ab und zu mal das leichte Hin- und Herschaukeln, diese sogenannte Flanking-Action, ist nicht verkehrt, aber oft brauchen wir noch etwas mehr Druck. Und dann fische ich mit sogenannten Spinnerbaits. Und zwar, sie setze ich noch zusätzlich auf den Köder drauf. Und da gibt es ein richtig cooles System. Und das zeige ich euch jetzt. Das sind solche Spinner, die man oben dran packen kann. Und da wir nicht ganz so groß fischen, nämlich nur 14 cm, den drehe ich jetzt hier in den Köder rein. Da könnt ihr den ganz normalen Jig nehmen, ob jetzt Screwjig oder einen normalen Jig. Und oben habt ihr dann quasi noch das Spinnerblatt. Das Gute an dieser Art und Weise ist, dass hier kein zusätzliches Gewicht mehr in den Bauch kommen muss, weil der Spinner, der oben dran ist, hat so viel Druck, dass alles gerade unter Zug ist. Und der Köder hier vorne entsprechend für viel, also der Spinner hier, für viel Theater und Druck im Wasser sorgt. Also Fische kommen von weit her und gucken sich das an, was passiert da. Und dann im letzten Augenblick sehen Sie diesen natürlichen Fisch und nageln dann drauf, beziehungsweise sollten das tun. Und das tun Sie auch garantiert. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Variante. Könnt ihr übrigens mit vielen anderen Ködern auch entsprechend versehen. Aber mit so einem Gummifisch ist das schon eine extrem fängige Variante zum Hechtangeln. Auch da wiederum dann den Karabiner vom Stahlvorfach oben einhängen. Das Gute hieran ist, wie bei vielen anderen Spinnerbaits ist es leider auch so, dass ihr häufig keine Öse habt, sondern einfach nur so einen kleinen Bogen drin. Da müsst ihr dann entsprechende Tricks anwenden, damit auch dieser Karabiner beim Wurf nicht hin und her läuft. In diesem Falle ist er entsprechend zu einer Öse gedreht, der Draht. Somit kann nichts passieren und bei Zug und bei Wurf bleibt alles schön gerade und ihr könnt auf diese Weise für richtig viel Aufsehen bei Gefatter ESOX sorgen. Ihr kennt sicherlich den Spruch, never change a winning team und der hat ja auch Gefatter ESOX gebracht. Allerdings haben wir ein klitzekleines Problem mit diesem Köder und das werde ich euch jetzt nämlich zeigen. Denn der wird keinen weiteren Wurf mehr aushalten, weil der Hecht hat da hinten nämlich richtig schön zugebissen und das wird nämlich passieren. Und wer schade drum, so einen Köder wegzuschmeißen, braucht ihr nicht. Da gibt es nämlich noch einen super geilen Geheimtipp, denn es gibt dieselben Spinnerblätter in verschiedenen Ausführungen, auch mit so einer kleinen Schraube am hinteren Ende. Dann macht ihr nämlich mit all euren Ködern, wo hinten mal ein Schwanzende kaputt gebissen wurde, die eigentlich reif für den Schrotthaufen sind. Und die könnt ihr einfach hinten ins Hinterteil reindrehen, einfach schön reindrehen. In diesem Fall ist nicht viel Fleisch übrig geblieben, aber so eine Screw, die kann das ordentlich und vor allen Dingen, die hält auch richtig. So, der dreht die, der ist hier wunderbar rein, hält auch richtig fest. Ihr seht, da wo vorher das Schwanzende war, der Schwanzteller war, habe ich jetzt so eine Schraube reingepackt, wo sich ein Spinnerblatt hinten befindet. Und das kann ich jetzt genauso fischen wie zuvor auch, reinschmeißen, kurz absinken lassen, ein paar Sekunden zählen in der richtigen Tiefe, die ich gerne haben möchte und dann einfach ganz normal einkurbeln. Der Fisch wird sich leicht zur Seite bewegen und hinten jede Menge Terror machen und von Weitem die Räuber locken. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mir bei meinen Hecht-Tipps zuzuschauen. Ich bin sicher, dass ihr diese Tipps auch jetzt in dieser Jahreszeit, wenn die Hechte aktiv sind, einsetzen werdet. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf einen Kommentar von euch. Daumen hoch natürlich und ein Abo. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Didi. Tschüss.